Eine Sensor-Weltneuheit in der Nikon Z6 III, eine Analogkamera mit halben Fotos und eine mit Weitwinkel-Comeback. Ihr merkt, es gibt wieder viel zu besprechen. Willkommen bei Fotografix News. Welche fünf News aus der Kamerawelt sollte man diese Woche nicht verpassen? Darum geht es jeden Freitag bei Fotografix News auf YouTube und der Podcast-Plattform eurer Wahl. Falls ihr neu dabei seid, mein Name ist Berlim Luchs und ich freue mich tierisch, dass ihr mit dabei seid. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann unterstützt uns doch gerne über ein Abo und aktiviert dabei auch die Glocke für Benachrichtigungen. Und auch bei dieser Folge bekommen wir Support von Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Heute am 21. Juni, wenn die Folge online geht, starten die Fototage bei Fotokoch. Die vor Ort in Düsseldorf im Online-Shop und auch hier auf YouTube stattfinden. Und neben Livestreams und Workshops und Live-Shootings und allem möglichen ist gestern auch noch ein neuer Prospekt mit wirklich spannenden Messeangeboten erschienen. Unter anderem gibt es hier die Sony A7 IV für nur 1.899 Euro, die Nikon Z6 II für 1.633 Euro und vieles, vieles mehr. Die meisten Angebote gibt es dabei zwar nur vor Ort im Shop im Shop in Düsseldorf, Fotokoch betont aber ausdrücklich, dass ihr bei Interesse auch problemlos anrufen könnt, eine E-Mail schreiben könnt, falls euch eines der Angebote interessiert. Gefühlt habe ich schon ungefähr tausendmal über die Gerüchte zur Nikon Z6 III hier bei Fotografix News geredet und jetzt ist sie endlich erschienen. Da die Präsentation aber schon einige Tage her ist, möchte ich einmal das Wichtigste vorstellen und dann noch erste Meinung zur Kamera sammeln. Denn ein sogenannter No-Brainer ist die Kamera trotz echt gutem Datenblatt nicht so wirklich geworden. Sie ist ja auch schließlich ein gutes Stück teurer. Aber starten wir mit den Eigenschaften. Die große Besonderheit in der Nikon Z6 III ist eine neue Sensortechnologie, die sich auf Deutsch am besten als teilweise gestapelter Vollformat CMOS-Sensor bezeichnen lässt. Stack-Sensoren haben hier den Vorteil, dass sie schnellere Auslösegeschwindigkeiten bieten. Aus-Lese-Geschwindigkeiten, das klang ein bisschen wie Auslöse. Allerdings sind sie noch immer recht teuer und der neue Sensor in der Z6 III soll jetzt eben als halb gesteckter Sensor ein Kompromiss sein, um eben gute Eigenschaften beim Filmen und noch einen halbwegs okayen Preis zu bieten. Laut Nikon soll die Auslösegeschwindigkeit zusammen mit dem X-Beat 7 Prozessor im Vergleich zur vorgesehenen ungefähr dreieinhalbmal schneller sein. Die Auflösung liegt bei 24,5 Megapixeln und ein Fünfachsen-Bildstabilisator sorgt für bis zu 8 Blendenstufen längere Belichtungszeiten. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Die Z6 II konnte nämlich nur 5 Blendenstufen ausgleichen. Ebenfalls spannend ist, dass die Nikon Z6 III sich dabei nicht zwingend an der Bildmitte orientiert, ich glaube das ist die Bildmitte, ja, sondern auch am gewählten Autofokusfeld. Ebenfalls mit von der Partie ist ein Pixel-Shift-Modus, der maximal 32 Einzelbilder zu einem großen 96 Megapixel-Bild zusammenrechnen kann. Das funktioniert allerdings nur am Computer und nicht etwa intern in der Kamera. Auch den Autofokus hat Nikon bei der Z6 III natürlich verbessert. Angeblich soll dieser jetzt bei extrem schlechten Lichtbedingungen funktionieren. 3D-Tracking und etliche Funktionen für das Motiv-Tracking sind natürlich mit an Bord. Was ich noch eine ziemlich coole Idee finde, die Motiverkennung funktioniert auch beim manuellen Fokussieren. Ihr seht dann also auch einen Rahmen, wenn ihr den Fokus getroffen habt. Nikon-Typisch schätzt man zudem einen großen Wert auf den elektronischen Sucher und aufs Display. Mit einer hohen Leuchtdichte von 4000 Candela pro Quadratmeter ist es der hellste elektronische Sucher in seiner Preisklasse und löst mit 5,67 Millionen Bildpunkten auch höher auf als die Sucher der Sony A7IV und der EOS R6 Mark II von Canon. Dabei ist es der erste elektronische Sucher überhaupt, der den gesamten großen DCI-P3 Farbraum abdeckt. Die Farben sollen also noch ein bisschen präziser sein. Das Display auf der Rückseite misst zudem geräumige 3,2 Zoll und lässt sich vollständig jetzt endlich auch bei Nikon oder bei der Z6 III schwenken und dann auch nach vorne drehen. Bevor ich noch auf die Video-Eigenschaften eingehe, noch ein paar spannende Fotofakten. Mit 120 Bildern pro Sekunde bietet die Z6 III zudem extrem hohe Seriengeschwindigkeiten. Allerdings nur, wenn man JPEGs im DX-Format, das ist also ungefähr ein APS-Crop, mit 10 Megapixeln aufnimmt. Im Vollformat mit 24 Megapixeln sind dann immerhin noch 60 Bilder pro Sekunde drin. Wie im Vorfeld bereits angeteasert, gibt es zudem einen Pre-Capture-Modus. Wer nicht so schnell aufnehmen mag, der genießt zudem die Vorteile von 14-Bit-Raws. Jetzt noch kurz zu den Video-Eigenschaften, bevor es zu den ersten Meinungen geht. Die neue Nikon kann 6K-Raw-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde ohne Crop-Faktor intern aufnehmen. Das gibt es in dieser Preisklasse bei keiner anderen Vollformat-Kamera, also ziemlich beeindruckend. In 4K könnt ihr entweder 60 Bilder pro Sekunde mit 6K-Oversampling aufzeichnen oder 120 Bilder pro Sekunde mit APS-C-ähnlichem DX-Crop-Faktor. Büssten wir noch ein bisschen mehr Auflösung ein und wählen dann nur Full-HD, sind stolze 240 Bilder pro Sekunde drin. Nikons NRAW, Apples ProRes RAW, normales Apple ProRes und ein Mikrofoneingang, den man auch als Line-Level-Eingang nutzen kann, lassen die Herzen von den Videografen ebenfalls ein bisschen höher schlagen. Jetzt aber nur zu den technischen Daten, aber die muss ich eben auch mal aufzählen, damit ihr den Preis einschätzen könnt. Nikon verlangt 2.999 Euro für die neue Z6 III in Deutschland und der hohe Preis scheint für eher gemischte Gefühle in der Fotokommunity zu sorgen. Denn während die Kamera in der Fachpresse und in den einschlägigen YouTube-Reviews viel Lob abbekommt, scheinen nicht alle Fotografen und Nikonianer von der neuen Strategie überzeugt zu sein. Denn aufgrund des neuen Sensors, der ja vor allem Vorteile fürs Film bringt, ist die Z6 III ein gutes Stück teurer geworden. Die Nikon Z6 II, also der Vorgänger, kostete damals 2.200 Euro ungefähr. Fotografen müssen also theoretisch 800 Euro für Features ausgeben, die sie gar nicht so wirklich benutzen wollen. Dass Nikon hier mehr Fokus auf Hybrid-Funktionalität legt, sieht man eben auch am Klapp-Schwenk-Display, das beim rein Fotografieren hinter der Kamera ja auch ein wenig umständlicher ist in der Bedienung als das neigbare Display der Z6 II. Mark hat auf Fotografx News dann noch eine Umfrage gestartet und hier bezeichnen nur 41% der insgesamt 911 Stimmen die Kamera als gelungene Kamera. 17% finden sie in Ordnung und bei etwas enttäuschend gibt es 12%. Als Begründung konnte ich in den Kommentaren vor allem den höheren Preis und eben das neue Display finden. Aber lasst uns doch mal hier auf YouTube auch über die Z6 III reden. Findet ihr die neue Kamera gelungen, zu teuer, zu günstig? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mit der Pentax 17 geht Pentax dann in eine ganz andere Richtung, denn hier gibt es nicht etwa einen halb gesteckten Sensor oder irgendwelche neuen Innovationen, sondern gar keinen Sensor, denn die wilde 17 ist eigentlich eine analoge 17 und erscheint überraschend als Kompaktkamera für Halbformatfotos. Legt man also einen klassischen Kleinbildfilm in die Kamera ein, dann nimmt sie pro Aufnahme immer halbe Fotos im Hochformat auf. So passen dann 72 Bilder auf einen Film. Das ist praktisch, geht aber eben auf Kosten der Bildqualität und führt womöglich bei eurem Fachhändler auch zu mehr Kosten beim Entwickeln. Ich habe gerade mal bei einem beliebten Fotogeschäft hier in Berlin angerufen und die bestätigten mir, dass sie Halbformatfotos auf Wunsch auch einzeln scannen. Da das aber mehr manuelle Arbeit benötigt, müssen Kunden einen Aufpreis zahlen. Die Schwarz-Weiß-Entwicklung kostet dann zusammen mit Entwickeln und Scannen 15 Euro. Das sind dann 2 Euro mehr als das normale Entwickeln und Scannen im hochwertigen TIFF-Format. Ungewöhnlich ist zudem, dass die Kamera für die Entscheidung zum Halbformat dann auch auf Portraitaufnahmen optimiert ist. Der optische Sucher, der ja ohne Spiegel nicht genau das endgültige Foto zeigt, sitzt eben oben über dem Objektiv, ist ebenfalls im Hochformat montiert und somit wird es etwas umständlicher, Aufnahmen im klassischen Querformat zu machen. Die sonstige Bedienung der Kamera ist weitestgehend, aber dann irgendwie auch nicht vollkommen manuell. Der Filmtransport erfolgt zwar manuell über einen Hebel. Hier haben wir ja letzte Woche erfahren, dass Pentax viel Arbeit für ein echtes Analogfeeling reingesteckt hat. Der manuelle Fokus soll dann über ein sechsstufiges Zonenfokussystem präzise und einfach sein. Zwint gibt es beim Fotografieren aber eine Belichtungsautomatik, die Verschlusszeiten automatisch zwischen einer 350. Sekunde und 4 Sekunden einstellt. Anpassen kann man diese dann nur über eine Belichtungskorrektur, aber die hat zumindest ein eigenes Rädchen auf der Oberseite bekommen. Die Blende könnt ihr am 25mm Objektiv einstellen und könnt hier maximal f3.5 wählen. Das ist also die Lichtstärke des Objektivs. Und das hat Pentax Mutterkonzern Rico dann an das Pentax SPO Mini, nee an das Objektiv der Pentax SPO Mini aus dem Jahr 1994 angelehnt. Angepasst ans Halbformat wurde es aber zumindest ein bisschen und eine mehrschichtige HD-Vergütung soll Reflexionen minimieren. Was gibt es sonst zu sagen? Es gibt einen eingebauten Blitz, das Gehäuse besteht teilweise aus Magnesiumlegierungen und der Preis liegt bei 549,99 Euro. Also bei den letzten Gerüchten letzte Woche hatte ich ja schon auf den großen Gebrauchmarkt für Analogkameras hingewiesen. Meine zuverlässige Konica Autoreflex TC hier habe ich zum Beispiel für 35 Euro bei Ebay Kleinzeilen geschossen. Und obwohl es hier einige Probleme mit Batterien gibt, die dann wiederum den Belichtungsmesser ungenauer machen, nehme ich die wirklich gerne für Analogfotos. Komplett manuell mit Retro-Filmtransport, für den man nicht irgendwie extra was entwickeln musste, lichtstärkeren Objektiven, die man auch wechseln kann und meiner Meinung nach echt guten Ergebnissen. Ihr merkt ein wenig, mich begeistert die Pentax 17 weniger, aber vielleicht geht es euch ja ganz anders. Meinung wieder gerne in die Kommentare. Für diese Woche hat Fuji noch eine weitere Analogkamera vorgestellt und zwar die Intax Wide 400. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine Sofortbildkamera, die im großformatigen Instax Wide Filmformat von 62x99mm aufnimmt. Das soll sich besonders für Landschafts- und Gruppenaufnahmen eignen. Für Selfie-Fans legt Fuji zudem spezielles Zubehör mit in den Karton. Einmal einen speziellen Camera-Strap, der die Kamera auf Tischen ein bisschen anwinkelt und eine Makro-Zusatzlinse mit praktischem Selfie-Spiegel. Zusammen mit dem intuitiven Selbstauslöser vorne an der Kamera sage ich mal Instagram-Lächeln aufsetzen, Arm rausstrecken, Cheese und für 149,99€ geht es dann ab dem 12. Juli los. Legen wir einen Zahn zu bei den letzten zwei News. Die Canon EOS R1 soll schon im Juli kommen. Davon hatte ich vor ein paar Wochen schon gesprochen. Jetzt gibt es aber neue Quellen, die die Gerüchte noch einmal ein bisschen mehr untermauern. Die Begründung, Canon soll für Anfang Juli Meetings mit großen Händlern geplant haben. Für gewöhnlich erscheinen die dort besprochenen Produkte dann drei bis vier Wochen später. Aktuell geht man dann zudem davon aus, dass auch die neue EOS R5 Mark II zu dem Zeitpunkt vorgestellt wird. Und auch bei der letzten News geht es um Canon, aber leider ein bisschen weniger euphorisch. Denn Sigma hat sich im Gespräch mit Synedy zu RF-Vollformat-Objektiven für Canon geäußert. Sicher erinnert ihr euch an das ewige Warten auf Drittherstelle-Objektive für Canon RF mit Autofokus. Zuletzt gab es dann doch welche, aber dann leider nur für APS-C-Kameras. Und jetzt wurde gesagt, leider sind für das Vollformat aktuell keine Produkte geplant. Und genauer heißt es, es gibt derzeit keinen Plan für die Einführung von Vollformat-Objektiven mit RF-Bayonet. Man versucht aber sein Bestes zu tun und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Um die Bedürfnisse meiner Zuschauer und Zuschauerinnen zu erfüllen, gebe ich natürlich auch immer mein Bestes. Kritik und Wünsche, wie ich für euch die News der Woche noch ein bisschen besser, knackiger oder vielleicht auch humorvoller, weiß nicht, was euch noch alles einfällt, zusammenfassen kann. Gerne in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder im Wochenrückblick immer samstags auf Fotografics. Diese Ausgabe von Fotografics News geht aber erst einmal zu Ende und ich wünsche euch einen schönen Sommeranfang. Bis nächste Woche und auf Wiederhören! Bis nächste Woche und auf Wiederhören!